CO2 sicherlich einen Anteil daran hat, kann es da auch noch andere Ursachen geben. Und das wäre eine. Ja, freue mich auf die nächste Sendung mit Dagmar Neubrauner über Walter Russell und die nukleare Erwärmung am 6. Juli. Bedanke mich bei allen für das Interesse. Schönen Abend und macht es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schönen Abend und macht es gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017